Textbuch, Kapitel 31, Die letzte Schau, Nummer 5, Selbstkonzept und Selbst, Teil 2, Absatz 9, Seite 660 bis 663. Also sind die Lektionspläne des Heiligen Geistes in leichten Schritten angeordnet, damit, obgleich zuweilen Mangel an Behagen und einige Bedrängnis herrschen mag, das Gelernte nicht zerschlagen wird, sondern das, was der Beweis zu seinen Gunsten zu sein scheint, einfach neu übersetzt wird. So lass uns denn erwägen, welchen Beweis es dafür gibt, dass du bist, was dein Bruder aus dir machte. Denn wenn du auch noch nicht wahrnimmst, dass du genau dies denkst, so hast du sicher inzwischen gelernt, dass du dich so verhältst, als sei es so. Reagiert er denn für dich? Und weiß er ganz genau, was geschehen würde? Kann er deine Zukunft sehen und, bevor sie kommt, anordnen, was du in jeder Lage tun sollst? Er muss die Welt gemacht haben, ebenso wie dich, um ein solches Vorauswissen künftiger Geschehnisse zu haben. Dass du bist, was dein Bruder aus dir machte, erscheint höchst unwahrscheinlich. Und hätte er es auch getan, wer gab dir das Gesicht der Unschuld? Ist dies dein Beitrag? Und wer ist dann das Du, das es gemacht hat? Und wer wird getäuscht von all deiner Güte und greift sie derart an? Lass uns die Torheit des Konzepts vergessen und nur an dieses denken. Zwei Teile gibt es in dem, was du selbst zu sein glaubst. Wäre der eine erzeugt von deinem Bruder, wer war dann da, den anderen zu machen? Und vor wem muss etwas verborgen bleiben? Wenn die Welt böse wäre, bestünde immer noch keine Notwendigkeit, das zu verstecken, woraus du gemacht bist. Wer ist da, um zu sehen? Womöglich ist der Grund, weswegen dies Konzept im Dunkel gehalten werden muss, der, dass du bei Licht derjenige wärst, der es nicht für wahr halten würde. Und was würde mit der Welt geschehen, die du siehst, wenn ihr gesamter Unterbau beseitigt würde? Dein Konzept von der Welt hängt von diesem Konzept des Selbst ab. Und beide würden sie vergehen, wenn eines davon je in Zweifel gezogen würde. Der Heilige Geist sucht nicht, dich in Panik zu versetzen. So fragt er bloß, ob nur eine kleine Frage aufgeworfen werden dürfe. Es gibt Alternativen hinsichtlich jenes Dinges, das du sein musst. Du könntest beispielsweise das Ding sein, das dein Bruder deiner Wahl zufolge sein soll. Das verschiebt das Konzept des Selbst von dem, was gänzlich passiv ist und schafft zumindest Traum für die aktive Wahl und eine gewisse Anerkennung, dass eine Wechselwirkung stattgefunden haben muss. Da ist einiges Verständnis, das du für euch beide wähltest und das, was er darstellt, die Bedeutung hat, die ihm von dir verliehen wurde. Es zeigt auch einen Schimmer der Einsicht in das Gesetz der Wahrnehmung, das, was du siehst, den Geisteszustand des Wahrnehmenden spiegelt. Wer aber hat zuerst gewählt? Wenn du das bist, was du wähltest, dass es dein Bruder sei, dann gab es Wahlalternativen und jemand muss zuerst entschieden haben, eine davon zu wählen und die andere loszulassen. Wenn dieser Schritt auch Gewinne zeitigt, so nähert er sich doch noch nicht einer grundlegenden Frage an. Etwas muss diesen Konzepten des Selbst vorausgegangen sein und etwas muss das Lernen, das sie entstehen ließ, vollzogen haben. Das lässt sich weder aus der einen noch der anderen Sicht erklären. Der Hauptvorteil des Wechsels zu der zweiten von der ersten ist der, dass du dich irgendwie aufgrund deiner Entscheidung in die Wahl begabst. doch wird dieser Gewinn mit fast dem gleichen Verlust bezahlt. Denn jetzt bist du all dessen schuldig angeklagt, was dein Bruder ist. Und du musst seine Schuld mit ihm teilen, weil du diese nach dem Bilde deiner eigenen für ihn gewählt hast. Während er zuvor alleine der Verräter war, musst du jetzt zugleich mit ihm verurteilt werden. Das Konzept des Selbst hat die Welt seit jeher sehr beschäftigt. Und jeder glaubt, er müsse die Antwort auf das Rätsel finden, das er selber ist. Die Erlösung kann als nichts weiter als das in drinnen aus Konzepten angesehen werden. Sie kümmert sich nicht um den Inhalt des Geistes, sondern um die einfache Aussage, dass er denkt. Und das, was denken kann, das hat die Wahl und kann gezeigt bekommen, dass verschiedene Gedanken verschiedene Folgen haben. Somit kann er lernen, dass alles, was er denkt, die tiefe Verwirrung spiegelt, die er hinsichtlich dessen fühlt, wie er gemacht ward und was er ist. Und vage scheint es, als gäbe das Konzept des Selbst eine Antwort auf das, was es nicht erkennt. Es kann kein Konzept geben, das für das stehen könnte, was du bist. Welche Rolle spielt es, welches Konzept du akzeptierst, solange du ein Selbst wahrnimmst, das mit dem Bösen interagiert und auf niederträchtige Dinge reagiert. Das Konzept deiner Selbst wird weiterhin ganz bedeutungslos bleiben. und du wirst nicht wahrnehmen, dass du nur mit dir interagieren kannst. Eine schuldige Welt zu sehen, ist nur das Zeichen dafür, dass dein Lernen von der Welt gelenkt war. Und du erblickst sie so, wie du dich selbst siehst. Das Konzept des Selbst umfasst alles, auf das du schaust. Und nichts ist außerhalb dieser Wahrnehmung. Wenn du durch irgendetwas verletzt werden kannst, siehst du ein Bild deiner geheimen Wünsche. Nichts weiter als das. Und in deinem Leiden jeglicher Art siehst du dein eigenes verborgenes Verlangen zu töten. Du wirst im Laufe deines Lernens viele Konzepte des Selbst machen. Ein Jedes wird die Veränderung in deinen eigenen Beziehungen zeigen, während deine Wahrnehmung deiner Selbst verändert wird. Jedes Mal, wenn ein Wechsel eintritt, wird einige Verwirrung herrschen. Doch sei du dankbar, dass das Lernen dieser Welt den Griff, in dem es deinen Geist hält, lockert. Und sei gewiss und glücklich in der Zuversicht, dass es zu guter Letzt vergehen und deinen Geist in Frieden lassen wird. Die Rolle des Anklägers wird an vielen Orten und in vielen Formen erscheinen. Und jede wird dich anzuklagen scheinen. Doch fürchte nicht, dass sie nicht aufgehoben werden wird. Die Welt kann keine Bilder von dir lehren, es sei denn, du willst sie lernen. Eine Zeit wird kommen, wenn Bilder allesamt vergangen sind und du sehen wirst, dass du nicht weißt, was du bist. In eben diesen entsiegelten und offenen Geist kehrt die Wahrheit unbehindert und ungebunden zurück. Wo Konzepte des Selbst abgelegt sind, wird die Wahrheit ganz genauso offenbart, wie sie ist. Wenn jedes Konzept in Zweifel gezogen und in Frage gestellt und klar geworden ist, dass es aufgrund von Annahmen gemacht ist, die dem Licht nicht standhalten würden, dann wird die Wahrheit freigelassen, in ihr Heiligtum zu treten, rein und frei von Schuld. Es gibt keine Aussage, die die Welt mehr zu hören fürchtet, als diese. Ich weiß nicht, welch ein Ding ich bin. und deshalb erkenne ich nicht, was ich tue, wo ich bin oder wie ich auf die Welt oder auf mich schauen soll. Doch in diesem Lernen wird die Erlösung geboren und was du bist, wird dir von sich berichten. Erlösung wird die Erlösung wird die Vielen Dank.